Sefirow an die Borgkönigin, Ladebildschirm ist da, es geht wieder los mit Starstrike Amala 2 und damit dunkle Grüße und willkommen zurück. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich hier gemacht habe. Ah ja doch, ich habe mich gesammelt, natürlich, wie immer. Ich glaube Spezies 8472 war wieder mal ein... ja natürlich, natürlich. Einmal alles zerstören, was 8472 ist und wir überleben schön. Geht das schon mal gut los? Haben wir den schon? Den haben wir schon. Ab nach Hause mit dir. Warum bist du in so einem komischen... was hat er gemacht mit dir? Was hat er gemacht? Vor allem geht das Spezial gerade permanent runter. Was, ist der bei denen schon alle? Oh! Hatte ich das auf dem Schirm? Ich glaube schon. Hier oben habe ich ja... also ja, wieso machen die nichts? Hatte ich das nicht schon in Auftrag gegeben gehabt? Ich bin eigentlich der Meinung. Naja, egal. Hier wäre noch ein alternativer Planet. Ist hier noch Metall drauf? Ach so. Ne, ähm, wisst ihr, das ist Käse. Wir haben genug Metall. Seid ihr mal mutig und sucht euch einen Planeten da oben. Alle Stationen bericht. Ich bin der Anfang. Das sind meine... Ich habe ein paar taktische Kuben dabei. Ich bin ganz irritiert. So, kommt mal hier einfach her. Die kommen auch mal dahin. So. Wir haben genug gesammelt, würde ich sagen. Wir können langsam mal anfangen... ...anzugreifen. Haben wir noch gebaut hier, offensichtlich? Er hat alle Befehle, kommen dahin zu fliegen, ne? Ist klar. Weil jetzt hier vorne rumduckelt. Instruktionen erhalten. Hallo? Ah! Ja! Wir sind in einem gefährlichen Nebel eingetreten. Ab mit Warp durch den Nebel. Ich meine, gut, besser als ohne Warp durch den Nebel. Aber dumm ist es trotzdem, generell zurückzufliegen. Aber was weiß ich schon. So, was können wir da noch schönes gebrauchen? Wie wäre es mit Antrieben, ha? Zusätzliche Technologien werden erforscht. Antrieb, immer was Feines. So. Ich guck mal drauf. Verbessert, Impuls, ist klar, soweit. Vielleicht steigert der Stufe 2 tatsächlich den Warp-Antrieb. Habe ich auch nicht drauf geachtet. Jetzt wohl hier auf dem Marsch... ...feuerwaffen auch verschiedene Sachen steigern mit jeweiliger Entwicklung. Könnte das durchaus im Bereich des Möglichen sein. Und ja, entsprechend gucken wir mal. Mitkommen. Erwarten neue Direktive. Mitkommen. Ich könnte die ja auch eigentlich wieder auf einen einzigen Ende bringen hier, oder? Eine einzige Gruppe übernehmen. Müsste eigentlich noch passen. Habe ich schon. Ich glaube ja, beim C-R-Z-Hiper so. Mal sehen, ob alle reinkriegen. Sieht doch ganz gut aus. Dann sieht man ja 2 jetzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier noch eine Macht gibt. Die mich besiegen kann. Mit so einer riesigen Armada hier. Taktische Kugeln sind taktische Kugeln. Das ist... ...ein Arsch voll taktischer Kugeln. Wir gehen uns zum Gitter. Und kommen noch ein paar hinterher. Ja, ist klar. Ich meine... Ich meine, ich bin auch fast am Maximum meiner Grenze, was ich bauen kann. Von dem her... ...ähm... ...ist ohnehin bald Ende mit der Stärke. Was ist denn hier los? Da oben hinfliegen. Fliegt man halt da hin. Wir werden uns anpassen. Nicht so alleine. Die beiden werden doch zerschossen, wenn da was Böses kommen sollte. Tja, das ist der Nachteil der riesigen Flotte mit riesigen Schiffen. Die sind sehr zerstreut, weil sie nicht zusammenfliegen können. Großartig. Ich bin überrascht, dass hier so viele Deliziemone sind. Und offenbar keiner von denen irgendwie benutzt wird. 1, 2, 3, 4 Stück. Noch neben meinem einzigen am Anfang. Und nirgendwo ist die gute alte Spezies 8472 dran. Kann sein. Ich brauche aber auch Deliziemöch der Meinung. Ich glaube... Ich weiß es echt nicht mehr. Ich habe die eh wenig gespielt. Ich muss das wirklich mal machen. Einfach mal eine Folge. Vielleicht im Stream oder so. Einfach mal ein Multiplayer-Gefecht machen. Auch wenn da bloß die KI-Magine sein wird. Und dann mal 8472 Spezies spielen. Und ich glaube, das kann ich mir gut vorstellen. Für den Zeitpunkt, wenn... Das letztes Spiel zu Ende ist. Auch wenn es theoretisch sinnvoller vorher wäre. Und ich selbst mir ein Bild machen kann. Aber es ist egal. 3 habe ich ja da hin. Das ist ja immer eine neue 3, würde ich sagen. Kommt mal her. Und dann würde ich was bei einem Multiplayer-Gefecht machen. Einfach so auf Spaß an der Folge gegen ein paar Bots. Ah, guck mal hier. Genau. Das zerstört sie alle. Einfach so. Hahaha. So gefällt mir das. Das hat glaube ich nur ein einziges Schiff geschossen gerade, oder? 134, 137. Okay, es haben 4 Schiffe geschossen von dem. Das heißt, da habe ich immer noch über die Hälfte übrig, die noch gar nicht gemacht haben. Ein spezielles Jahr, die jetzt irgendwie noch das aktivieren können, oder den Schül zu beschützen. Top Sache. Guck mal, wer da kommt. Ist ja nicht los. All abgehauen, alle tot. Bisschen ohne dich gerade das zu schießen, aber bitte, was soll's. Ich würde noch ein bisschen warten, müsste ich Spezial-Sachen wieder aufgeladen sind. Wobei... Ah, guck mal. Wir gehen in den Korrektiv. Aber der Mond ist noch voll beladen, also die haben offenbar nichts gesammelt. Die scheint tatsächlich bloß Biomasse zu brauchen, aber ich weiß es echt nicht mehr. Wie gesagt, ich denke, ich werde mal tatsächlich irgendwann, die Frage ist halt wann, ob jetzt demnächst oder einfach Endless Let's Place, wie gesagt, Einfach mal so einen Stream anberaumen. Wohl ich 8472, vielleicht auch die Romulaner mal in einem Multiplayer-Hotseat-Gefechtsspiele. Einfach nur, um zu zeigen, wie das damit ihnen aussieht. Weil das Catbar hat in einer Kampagne allein nicht und das ist, denke ich, durchaus zeigenswert. Zumindest und vor allem 8472, weil die sich halt völlig anders spielen. Das ist schon nicht schlecht, das mal gesehen zu haben. Wenn ich noch ein Plan nicht, wie es aussieht. Mah... Ne, Nebel, okay. Das muss ja deren Basis echt hier oben in der Ecke sein, ne? Die kann auch so groß dann auch nicht ausfallen. Oder wie, oder wat, oder wer, oder wo. Hm. Weil ich taste mich mal, äh, langsam ran. Ganz langsam. Wie er Angst vor denen. Jetzt machen wir eine Kugel. Auch fast durch. Ich kann schon mal ein paar Diamonds dann aufdageben, weil, wenn was stirbt... Ist ja weit und breit überhaupt nichts von denen. Die kann auch nicht so eine Mini-Basis haben, oder wie. Das ist die Mission, warte, ich nehme jetzt gerade sieben Minuten auf. Ah, guck mal, endlosen Mond. Oh, guck mal, irgendwer baut da was ab. Ah, sie braucht auch mal doch, Delizium. Und da entwickelt sich gerade was. Ah, und da ist ne Basis. Sehr schön, erst geschildert. Greift an. Schießt auf den Schildtypen. Genauso soll's sein. Wir sind hier zum Vernichten und zum Zerstören. Macht euch dran. Auf den da bitte, den großen, dicken. Sagen wir an seinen Schild. Ah, super, ich schießt echt. Hä? Jesus mein, haben wir extrem ausgedünnt bei mir. Ach so, das war die drei. Ne, hä? Sagt gerade komisch aus. Egal, der Schild, ein Traum. Habe ich gerade überhaupt ein Schiff verloren? Habe ich auch nur ein Schiff verloren gerade? Ich meine, es sah so aus, aber die Ausgabe ein bisschen verpackt gerade. Ich habe jetzt alles, was ich gerade hatte, immer noch, oder? Ich habe die beiden angeschlagenen. Krass. Weil die nur auf dem Schild geschossen haben. Die KI ist halt dumm. Das ist eine super krasse, überlegene Fähigkeit. Echt in so einer großen... Ich habe kein Schiff verloren. Wir hätten uns anpassen. Schätzungsweise. Vielleicht eins, aber... Ich glaube, es war bis hier voll. Aktivieren alle Alkoholen. Aber jetzt muss ich halt gucken, wo der letzte Rest der Spezies ist. Ähm. Es ist bloß noch Auslöschen der letzten Überlebenden, würde ich sagen. Wir legen uns zum Sektor. Oh. Schildsbau abgeschlossen. Kann man das kaputt schießen? Zu Befehl. Wir dienen dem Projekt. Hm. Ich kann damit auf keine Weise interagieren. Wir legen uns zum Sektor. Ihr da. Ausschwärmen. Wir werden uns anpassen. Ihr da. Auch ausschwärmen. Wir werden uns anpassen. Braucht jetzt sieben oder... Zwölf brauchen die. Okay. Wir dienen dem Projekt. Ja. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen gucken, wo die wohl alle sind, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass ich hier rausploppen, aber dann wiederum... ... auch irgendwie nicht. Also, keine Ahnung. Ich glaube, da mal irgendwie... ... da einer hin. Da einer hin. Nochmal da einer hin. Ich schicke dir mal ganz gezielt irgendwo hin. ... und guckt mal einfach. Verlegen Position. Verlegen Position. Wir dienen dem Projekt. Da haben wir ein paar Fixpunkte, wo wir direkt hinten fliegen. Da muss ich fertig allzu lange suchen. Aktivieren alle Alkohol. Und den Rest hat sich hier oben patrouillieren, falls da jemand durchkommen sollte. Wenn man hier ist noch ein Mond. Ressourcen hätten die theoretisch ohne Ende gehabt, aber der Endlos-Mond ist natürlich... ... ausreichend wahrscheinlich für alles, was die so als NPCs brauchen. Hat natürlich nicht für mich gereicht. Aber jetzt bleibt trotzdem die Frage, wo ist der Rest von den Leuten? Oh, da war einer. Ich glaube, hier habe ich einen gesehen gerade. Ja. Und da ist auch einer. Wir sind in einem Gefängnis. Hier ist ein Nebel. Ende. Läuft. Ach still, wir wollten ja da rein. Na gut, nächste Folge. Bin ich mal gespannt, wie das im Flüssigraum so wird. Oh. Au. Rachen des Todes. Pika, der Eingang der Spalte ist momentan gesichert. Alle Versuche Spezies 8472 zu assimilieren sind gescheitert. Ihre fortgesetzten Feindseligkeiten gegen die Borg stellen ein erhebliches Ärgernis dar. Wir dürfen sie nicht mit ihrer Invasion in diese Galaxie fortfahren lassen. Sie müssen vernichtet werden. Wir werden diese fremde Bedrohung zusammen eliminieren. Naja, vernichten? Sie und ihre Streitkräfte werden die Borg-Sendung auf Spezies 8472 unterstützen? Wahrscheinlich nicht. Wir besitzen zur Zeit nicht genügend Ressourcen, um eine Offensive gegen Spezies 8472 zu starten. Wir brauchen sowohl Metall als auch die Lithium, bevor wir uns in die Spalte begeben. Diese Ressourcen sind im Flüssigraum nicht zu finden. Erst dann können wir uns in seinen tiefen Rachen stürzen. Verstanden. Sie sollten wissen, dass unsere Stellung in diesem System nicht gefestigt ist. Spezies 8472 stellt immer noch eine ernsthafte Bedrohung für den Alpha Quadranten dar. Handeln Sie daher schnell und erlangen Sie alle Ressourcen, die Sie benötigen. Spezies 8472 wird nicht Halt machen, bevor alles Leben in diesem Quadranten eliminiert ist. Ja, ja, ist ja gut. Ich fühle mich aber fremd an, diese Dialoge zwischen den beiden. Das kommt nicht hin. Ich sammle jetzt Einheit. Ich kann mich düster an die Mission erinnern. Und ich habe das dumme Gefühl, dass die Mission darauf, im Flüssigraum, dann mit eben diesen begrenzten Ressourcen auskommen muss. Ich hoffe, ich erinnere mich falsch, denn klingt nach recht wenig. Je nachdem, was das für eine Mission ist, wie sie aussehen wird. Aber scheinbar haben wir uns hier volle Kanne positioniert. Ich habe hier alles voll gebaut. Aber ich muss 20.000 wahrscheinlich auch lagern. Und ich muss dabei mal gesammelt haben. Sternenmalus nicht zerstören. Schiss, Beiratungs, Enterprise und Borg auch nicht. Hat sie ein bisschen gedreht, die Karte jetzt, um das Ding herum. So, naja, wo ist sie? Enterprise? Die Boxen hier alle, ja? Was macht die überhaupt hier jetzt? Ist das ein bisschen gefährlich? Wobei... Das ist ja alles gar nicht in Mainzchen. Das kann ich gar nicht benutzen. Äh... Oder? Doch. Das ist meins, okay. Kann ich aber auch noch mal Stierflotten Sachen bauen, ja? Dann ab dafür. Habe ich ein Konstruktionsschiff irgendwo rumfliegen? Ist aber nicht gut. Aber meine ganzen Weißen gehören nicht zu mir. Ach, mal, das ist ja schon. Ach, mal, das sind sogar so viele. Oh, zu viel aktiv. Ich kann hier doch auch Metall anbauen, oder? Ja. Da machen wir mal so schnell, wie es geht, so gut für viele, wie es geht. Soll ich was bauen mit dem Borko? Soll ich es ganz lassen eigentlich, ist jetzt die Frage. Da kann man mal drüber zu PK. Das wäre, glaube ich, gerade ganz sinnig. Machen Sie es so. Sie sind bei mir vereint an einem Posten stehen, um da sich verteidigen können. Na gut. Ich bin echt ganz unschlüssig, was ich mit dem Borko hier mache. Aktivieren alle Alkohol. Wir gehen in den Kollektiv. Wenn ich mir eine Basis finden kann. Leider keine Endlosenmode. Ich meine, das Ding hat er gerade mal 20.000. Ich habe zwar zwei Mode, aber die beiden zusammen. Geben mir nicht viel Spielraum. Um überhaupt was zu sammeln. Was irgendwie nicht so schön ist. Wie es aussieht, ja. Und die in der Nähe der Bork. Ach doch, dauert ein sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann baue ich nämlich doch eine Basis mit den Bork. Weil hier quasi dann... Ah ja, besser ist das. Ob es sinnvoll ist, dann eine Basis hinzu? Nexus hinzubauen? Aktivieren alle Alkoholen. Ich sage ja. Auf jeden Fall, sage ich sogar. Denn da kommt was durch, wie es aussieht, wenn ich das nicht mache. Trotzdem schätze ich, blockiert zu sein. Ich bin hier einigerweise sicher. Egal, was habe ich halt die Ressourcen, die Ressourcen, die nutze ich bloß, um abzubauen. Dann mache ich die Ressourcen für mich selber hin. Um da entsprechend, äh, die Bork auch nochmal auszuweiten. Weil ich brauche garantiert ein bisschen Abwehr irgendwie. Kann man nicht vorstellen, dass die paar Schiffe, die ich hier habe, ausreichen werden. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Hat einen langen Weg vor sich hier. Ist auch nicht so geil. Hier waren die zwei bitte, ja. Stange zu begonnen. Untertitelung. BR 2018